Ja, Europa stirbt aus und der Rest der Welt wird wahrscheinlich endlos leiden. Wir haben keine Chance. Das Gehirn der Menschheit ist zu klein, das Gehirn der Europäer zu klein, um überhaupt auch nur irgendwie noch zu überleben. Das ist das Dilemma. Ja, und was ist mit diesem Affen, mit dem mittlerweile, also mit dem leider zu kleinen Gehirn? Dieser Affe kann nicht erkennen, dass er Teil der Evolution ist, dass er den Naturgesetzlichkeiten der Evolution hundertprozentig unterliegt, immer. Da gibt es irgendwelche sich irrende Menschen, die in ihren Irrtumswelten, in ihren abergläubischen Irrtumswelten leben und irgendwie denken, der Mensch sei etwas anderes als ein Tier und einfach als ein ganz normaler Teil der Evolution. Und alles, was menschlich ist, unterlege angeblich nicht dem evolutionären Prinzipien. Ja, mit solchen Menschen können sie, mit solchen Menschen, die also Charles Darwin leugnen, Alfred Russell Wallace leugnen, die also Kreationisten sind, mit solchen Menschen können sie die Menschheit nicht retten. Das geht nicht. Sie müssen wenigstens erkennen, dass das Naturgesetz von Mutation und Selektion oder Variation und Selektion für sie das Wichtigste aller Naturgesetze überhaupt ist und dass sie das in jedem Satz nach Möglichkeit verwenden sollten, wenn sie die Welt verstehen wollen und zu den richtigen Entscheidungen kommen wollen. Aber genau das können diese kleinen Gehirne nicht. Diese zu kleinen Gehirne. Die wissenschaftlichen Tagesthemen nachher dann, ja, für heute. Unser Tagesbild. Sie haben es ja mitgekriegt, die deutschen Sendungen werden jetzt viel kürzer als vorher, weil wir jeden Tag auch eine englische Sendung machen, weil Deutschland und Europa sind für uns ja schon tot. Ja, also, und sie wissen es nur noch nicht, weil sie, ja, was ist eigentlich passiert? Deutschland und Europa haben sozusagen, ja, was haben Deutschland und Europa gemacht? Ich verweise auf die gestrige deutschsprachige Sendung, also die Nummer vor dieser Nummer, auf dem Sender News und Talks gut zu finden, ja. Ja, ja, was, 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 was ist passiert? Ach, immer wieder dieser Mist hier. Ich finde keinen Platz für die Maus. Ja, bitte schneller drehen hier unten rechts irgendwo. Da muss so ein Zahnrädchen sein für die Letzten, die es immer noch nicht wissen. Schneller drehen, weil ich ja so langsam spreche. Ja, ja, letztendlich, die Europäer haben alles getan, um ihre Gehirne kleiner zu machen, also um sich dümmer zu machen. Denken wir nur an die französische Revolution. Da wäre interessant, wie viele kluge Menschen dort ermordet wurden. Und wir müssen uns klar sein, die Evolutionsprinzipien gelten auch für Europa, ja. Und für jeden Menschen, wenn ich in Europa bei der französischen und bei der russischen Revolution Leute mit großen Gehirnen töte, dann hinterlassen diese mit den großen Gehirnen keine Nachkommen mehr und automatisch sinkt dann sozusagen das Gehirnvolumen Europas, ich nehme jetzt mal Russland mit dazu, sinkt ab. Russische Revolution, ja, Sowjetunion, Stalinismus, Tötung kluger Menschen, die das unkluge System eines Pseudo-Sozialismus nicht akzeptieren wollten, wurden alle umgebracht. Die Klügeren wurden getötet. Was bleibt übrig? Bei der französischen Revolution, Guillotine. Es bleiben die Dummen übrig mit den kleinen Gehirnen. Und Hitler hat die jüdische Intelligenz vernichtet, die deutsch-jüdische Intelligenz vernichtet, hat die Klugen auch noch am Ende in den Krieg geschickt. Also überall, also in Europa wurden die großen Gehirne vernichtet und wenn da jetzt nur noch kleine Gehirne in Europa da sind, neigen die dazu, eine unkluge Politik zu machen, die dazu führt, dass die kleinen Gehirne sich massenhaft vermehren und die großen Gehirne sich nicht mehr vermehren. Also, all das brauchen wir gar nicht zu beweisen. Das ist völlig egal, wie genau es dazu gekommen ist, dass Europa ausstirbt, aussterben wird, so sicher wie das Arme in der Kirche. Es sei denn, man hört auf die Next Scientists for Future, die das vielleicht noch mal retten können, wahrscheinlich aber nicht. Aber dazu sind die Europäer nicht klug genug. Und ob der Rest der Welt klug genug ist, um für den Rest der Welt, wenn Europa ausstirbt, der Rest der Welt, der dann Europa besiedelt oder jetzt schon Europa besiedelt und schon kräftig dabei ist, Europa zu besiedeln, dieser ganze Rest der Welt, den erwartet ein Leiden ohne Ende, ein Schrecken ohne Ende, ein Leiden ohne Ende, denn sie schaffen es nicht, den Grundfehler der menschlichen Zivilisation freien Markt und freie Arbeitsteilung zu beenden. Das schaffen sie nicht. Sie verstehen die Next Scientists for Future nicht. Und das bedeutet dann, dass das Leiden ohne Ende weitergeht. Wo haben wir die Anzeichen für dieses Leiden ohne Ende? In den USA nimmt die Zahl der Leute, was meinen Sie, was die Leute für eine Lebensqualität und für eine Lebenslust haben, die 300 Kilo wiegen, 400 Kilo wiegen, 200 Kilo wiegen. Was meinen Sie, was die noch, was die für ein tolles Liebesleben haben und so weiter. Ja, die vegetieren nur noch dahin. Die leben nur noch, um zu fressen. Was anderes haben die nicht mehr im Leben. Die können weder noch richtig Sport machen, die können weder noch richtig tanzen und singen und die können keinen Sex mehr machen, jedenfalls nicht mit attraktiven Partnern. Ja, also die haben nichts mehr vom Leben. Das ist Leiden ohne Ende. Und dann ein Krieg nach dem anderen, denn freier Markt und freie Arbeitsteilung produzieren einen Krieg nach dem anderen. Ja, was soll da noch kommen? Nichts, gar nichts. Da kommt nichts mehr. Nur die nextscientistsforfuture.de vom Weltrat, vom World Council of People, weiße People, könnten das noch retten. Aber ich fürchte, auch der Rest der Welt hat nicht groß genügende Gehirne. 160 Jahre lang hat man Charles Darwin nicht verstehen können und Alfred Russell Wallace. Und warum soll das jetzt, wo die Gehirne immer kleiner werden, wo die Gehirne weltweit schrumpfen, seit 30.000 Jahren angeblich schrumpfen, wie sollen jetzt noch kleiner werdende Gehirne Charles Darwin verstehen, wenn sie ihn schon 160 Jahre nicht verstehen konnten? Wie sollen kleiner werdende Gehirne, das schwierigste Naturgesetz der Welt und des Universums, nämlich dass in jedem Bereich Mutation und Selektion und Variation und Selektion wirken, wie sollen die das verstehen? Geht nicht. Also gut, also wie gesagt, Deutschland stirbt aus, Europa stirbt aus. Woran kann man das erkennen? Wo ist der Beweis dafür? Ja, also erst mal, in den USA werden alle Menschen immer unglücklicher und fetter und kränker. In Deutschland auch. Mittlerweile geht das Sterbealter zurück. Schon seit 20 Jahren geht das Alter des höchsten Sterbealters zurück. Also, wir werden alle weltweit immer fetter und immer kränker werden. Das steht, ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Das können nur die Next Scientists for Future beenden. Und wenn Sie noch was mitdiskutieren wollen, die Gemeinwohlökonomie, Christian Fellber, GWÖ, Bürgerräte, Bürgerversammlungen, Volksentscheide, diese Dinge können Sie noch mitdiskutieren mit den Next Scientists for Future, damit es nicht so eine einseitige Geschichte wird. Und wenn Sie das, wenn das die Menschheit nicht schafft, dann schafft es es halt nicht. Dann ist das Leiden ohne Ende angesagt, allerdings ohne Deutschland und Europa. Denn da ist es ganz klar, woran sieht man, dass Deutschland und Europa aussterben, woran ist das bewiesen? Wir brauchen nur zu gucken, wo die letzten großen, richtig erfolgreichen Erfindungen herkommen. In der Wissenschaft war es England, Charles Darwin, Alfred Russell Wallace, ein Deutscher noch, Gregor Mendel, der letzte große Deutsche in der Wissenschaft. Wenn es ein Deutscher war, vielleicht war es auch ein Pole, keine Ahnung, irgendwie jedenfalls, auf jeden Fall nicht weit weg von Deutschland. Und die letzte große Erfindung in Deutschland war 1941 der Computer. Und jetzt schauen Sie sich an, alles Große, was erfunden wurde seitdem, stammt aus dem Rest der Welt, aus USA, irgendwoher, aber nicht mehr aus Deutschland, nicht aus Europa, nichts, gar nichts. Vergessen Sie es. und wenn ein, Sie müssen uns ganz klar werden, was passiert denn? Die Leute kaufen, die Welt kauft ein und die Welt kauft nur Spitzenprodukte. Europa hat keine Spitzenprodukte mehr. Europa kauft aus aller Welt ein, hat aber nichts mehr zu verkaufen. Ja, dann wird das so sein, dass Europa jetzt also Stück für Stück ärmer wird. Irgendwann kann man sich aus dem Ausland nichts mehr kaufen. Und dann wird die Frage sein, ob die europäische Nahrungsmittelproduktion ausreicht, um die Leute vom Verhungern zu schützen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn also Europa Nahrung aus dem Ausland braucht, dann kann sie die nicht mehr bezahlen und dann fangen die ersten Leute an zu verhungern. Und wie ist es in der Welt? Es verhungern, auch in den ärmsten Ländern der Welt verhungern nicht alle, sondern nur wieder die Ärmsten der Ärmsten, also die Unfähigsten der Unfähigsten verhungern dann. Und das wird dann in Europa auch beginnen. Es werden nicht alle anfangen zu hungern, sondern es werden die Unfähigsten und Ärmsten werden anfangen zu verhungern und der Rest wird noch eine Zeit lang überleben. Und entscheidend ist aber die Frage, kann sich Europa nahrungsmäßig selber, ist Europa autark genug, um sich wenigstens noch vor dem Verhungern zu schützen? Ja, und dann wird es so kommen, dass eben solch ein Europa hat keine Hightech- Defensiv-Abwehr-Raketentechnik mehr, wird also, kann von jedem anderen Staat, erfolgreichen Staat der Erde überrannt werden. Diese, die Hightech, also die, die, die Angreifer haben Spitzentechnologie und Europa hat nur noch fünftklassige Technologie. Also kann jederzeit Europa erobert werden, die Bevölkerung abgeschlachtet werden, vielleicht mit ein paar Neutronenbomben und dann können die anderen Staaten der Erde Europa besiedeln. Wenn sie das attraktiv finden. Ja, also Europa stirbt aus, das steht fest. Sie brauchen nur gucken, wo die großen Erfindungen herkommen und festzustellen, aha, aus Deutschland kommt nichts mehr, aus Europa kommt nichts mehr. Das war's. Jetzt dauert es nur noch eine Zeit lang, Schluck Wasser. Es dauert halt jetzt noch eine Zeit lang, bis dieser Aussterbensprozess so vollzogen ist, so wie das Römische Reich ja verschwunden ist und dann auch das, was vorher römisch-italienisch war, eben dann auch von anderen Menschen besiedelt wurde, bis auf diesen kleinen Rest von Italien. Ja, Schluck Wasser. Ja, weiter geht's. Kurz Nachrichten. Hendrik Streeck, Professor Hendrik Streeck hat so irgend so was Ähnliches gesagt wie nicht auf die Infektionen schauen, sondern auf die Todeszahlen und weiterleben. Ja, das klingt doch ganz vernünftig, aber hört ja keiner drauf. Ja, die Deutschen wurden zu Grabe getragen, wissen es nur irgendwie noch nicht. Sie wissen noch nicht, dass sie schon tot sind. Das ist so die Ironie des Schicksals, dass gerade die diejenigen, die so auf Deutschtümelei machen, ja, also wir haben ja viel gesprochen über Sarrazin und auf ja, das deutsche Volk und die deutsche Kultur und die deutsche Sprache und so weiter, dass gerade diese wesentlich dazu beigetragen haben, dass jetzt Deutschland aussterben muss, denn sozusagen jede, 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 jede Sache wie Europa oder Deutschland kann natürlich nur überleben. Wie ist das nochmal ganz schnell? Die kann immer nur überleben, ja, wenn man sich aus aller Welt, aus jedem Kontinent dieser Erde, die klügsten, die fähigsten, die besten Unternehmer, die reichsten, die besten Erfinder aus aller Welt in sein Land lockt, weil alle anderen versuchen das auch und dann, wenn dann sozusagen solche anständigen, klugen Menschen sich dann verpaaren mit der Ursprungsbevölkerung des jeweiligen Landes, dann wird dieses Land im Durchschnitt intelligenter, während ja diese ganzen Deutschtümeler, ja, die Illusion hatten, dass eine, das Fernhalten der genetischen Inspiration sozusagen zu positiven Ergebnissen führen wurde, ist es genau umgedreht. Genau das Beseitigen der jüdischen Intelligenz, jüdisch-deutschen Intelligenz aus Deutschland, genau das hat uns alle dümmer gemacht und hat nur noch Massen an dummen kleingehirnlichen Nazis hinterlassen, ja, die nicht bis drei zählen können und sowieso die Evolutionsbiologie nicht verstehen können und so weiter. Ja, das heißt also, jedes Land muss versuchen, Multikulti zu machen, aber immer nur am allerobersten Ende, genauso wie jedes klug Land, das überleben wollte in der Evolution, dafür sorgen muss, ist, dass alle Kinder möglichst nur noch hier rauskommen und möglichst in diesem Bereich gar keine Kinder geboren werden. Und das wenigstens, wenn Frauen aus diesem Bereich doch noch ein Kind oder so bekommen, dass sie es dann nach Möglichkeit von Männern aus diesem Bereich bekommen und alle anderen werden aussterben, weil sozusagen, es sei denn, es würden alle genau dieselbe ruinöse Bevölkerungspolitik machen, wie das unintelligent gewordene Europa, ja, wenn alle Länder der Erde jetzt plötzlich sich entscheiden würden, dass sie nur noch die mit den kleinen Gehirnen Kinder bekommen lassen, ja, dann gehen, dann werden alle im Wettbewerb gleichrangig bleiben, dann wird nicht gezielt etwas aussterben, also dann würden alle anderen genauso runtergehen wie Europa, würde aber niemand aussterben, sondern die würden dann halt irgendwann wieder mit 500 Milliliter, also statt 1350 Milliliter irgendwann dann mit 500 Milliliter wieder weiterleben, Gehirnvolumen und dann sind sie strunzdumm und wenn sie dann irgendwie immer noch weitermachen mit freiem Markt und freier Arbeitsteilung, dann wird es ein Leiden, ein schreckliches Leiden ohne Ende immer weitergehen und dann wird die Erde als der Planet des Leidens, des unendlichen Leidens in die Universumsgeschichte eingehen, die Geschichte dieses Universums und in die Geschichte aller Universen. Ja, also, so geht das halt nicht. So, nochmal die Kurznachrichten schnell zu Ende. Ich muss ja noch eine englische Sendung drehen. Ja, das habe ich aber doch schon. Französische und russische Revolution, Tötung von Menschen mit großen Gehirnen, ja, das war wahrscheinlich, die russische Revolution, die französische Revolution war wahrscheinlich der Anfang des Aussterbens Europas, ja, weil die die Klugen getötet haben, die leistungsfähigen und Klügen abgeschlachtet haben, dann die russische Revolution und Sowjetunion, die alles Kluge getötet haben, ja, Frage ist, China scheint sich ganz gut von der Abschlachtung der Klugen erholt zu haben, durch Mao sozusagen, das, ja, das wird man sehen, wer sich da, ja, und wenn man sieht, dass alle großen Erfindungen der letzten Zeit eher aus USA kommen, dann wird dann wahrscheinlich USA irgendwann die ganze Welt erobern und wird das nicht das römische Imperium darstellen, sondern das USA-Imperium darstellen und das ist dann wohl auch gut zu, das ist alle anderen, das ist halt so der Lauf der Evolution, alle mit zu kleinen Gehirnen werden dann kaputt gemacht von denen mit den größeren Gehirnen, ne, wobei man nicht sagen kann, dass die Indianer zum Beispiel und die Indios deswegen ausgestorben sind, weil sie kleinere Gehirne gehabt hätten, das würde ich jetzt nicht vermuten, sondern es ist wahrscheinlich eher so, dass sie ausgestorben sind, weil sie nicht so krank im Kopf waren, wie die Europäer, ja, denn die Erfindung von freiem Markt und freier Arbeitsteilung führt zur massenhaften Ausbreitung von Irrtümern, die sich als Vorteilbringende in einem verrückten Wirtschaftssystem erweisen, dadurch sind die Europäer unheimlich waffenlastig und gewaltbereit und Kriegslüstern geworden, aus Pazifisten wurden also Kriegstreiber und so weiter, weil freier Markt und freie Arbeitsteilung das einfach machen und dann hat sozusagen eigentlich das möglicherweise das dümmere, aber gewaltbereitere, die klügeren, aber pazifistischen Indianer und Indios gezötet und seitdem jetzt die ganze Welt in der Hand des freien Marktes und der freien Arbeitsteilung ist, ist es jetzt wiederum aber wohl so, dass unter denen, die jetzt also zu dumm sind, um freien Markt und freie Arbeitsteilung endlich zu beenden und abzuschaffen, mithilfe der Next Scientists for Future und derer 20 Reformen, dass jetzt sozusagen, wo alle gleichermaßen gebeutelt sind von freiem Markt und freier Arbeitsteilung, wird wohl doch letztendlich wieder entscheiden, wer unter denen noch die relativ größeren Gehirne hat, also den relativ kleinsten Gehirnschwund und der wird dann militärtechnisch alle anderen abschlachten und sich ausbreiten, also das könnte die USA sein, ja, das könnte sein, dass die USA irgendwann alle Welt abschlachten und alle Kontinente mit nordamerikanischen Bürgern besetzen und die sich dann dort vermehren jeweils, das ist, das, darauf könnte es jetzt hinauslaufen, dann hätten wir übrigens einen Weltstaat, das wäre dann die United States of the World, das hätten wir dann, wie gesagt, denn zwangsläufig wird das klügere überleben, es sei denn, es gibt jetzt eben einen Kontinent oder Staat der Erde, der so klug ist, die 20 Reformen von den Next Scientists for Future in seinem Staat durchführen zu lassen, dann wird das natürlich der super erfolgreiche Staat und dann wird der die ganze Erde beherrschen, aber das will er ja dann gar nicht, sondern er wird allen anderen Staaten, werden die Next Scientists for Future bereit sein, denen in jedem Land der Erde letztendlich, vielleicht für ganze Kontinente zusammengenommen, die Regierung, den Regierung, für die Regierung, diese 20 Reformen durchzuführen und dann ist die ganze Welt wieder pazifistisch und friedlich und dann sind wir wieder im Naturzustand und dann geht es uns wieder gut. Naturzustand mit ein bisschen Hightech, wo wir es wirklich brauchen und überall, wo wir diesen ganzen Gelump eigentlich nicht brauchen, wird den keiner mehr herstellen und wird das niemand mehr machen. Ob die Menschen dann ganz auf den nicht mehr freien Markt und freie Arbeitsteilung, sondern durch ein planwirtschaftliches Schutzdach, richtig gelenkten Markt und richtig gelenkte Arbeitsteilung, ob wir darauf dann verzichten und also dafür dann auch kein Geld mehr brauchen, weil das nur noch um das Schenken in den Kommunen geht, das wird sich zeigen, also ob Geld verschwinden wird oder ob wir gelenkten Markt und gelenkte Arbeitsteilung behalten werden, weil es ja doch auch gewisse Vorteile haben kann und dass wir ob wir dann Geld ganz abschaffen, ob wir Staaten ganz abschaffen, wird sich zeigen. Also wenn wir gelenkten Markt und gelenkte Arbeitsteilung behalten wollen, dann brauchen wir dafür eine Reststaatlichkeit, die die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaftswunderdaten und die anderen Steuerelemente auswertet und anhand dessen daran die geldmäßigen Verdienstzuschläge ausrechnet und zuweist sozusagen. Also jeder, der Gesundheit anderer Menschen fördert, kriegt Verdienstzuschläge und alle anderen Firmen machen Pleite. Egal ob Arztfirma oder Supermarktfirma ganz egal oder Landwirtschaftsfirma, alles alles untersteht dann. Nur was andere Menschen glücklicher und gesünder macht, kriegt Verdienstzuschläge und alles andere stirbt aus. Macht, könnt den Laden zumachen, wird übernommen von anderen. Ja, also so viel. Dann geht's hier weiter mit Ja, also vielleicht hat Europa mit der Tötung, mit diesen Revolutionen, die ja in erster Linie von Europa ausgingen, vielleicht ist das der Anfang vom Todesurteil gewesen und die nationalsozialistische Revolution des Menschen mit dem kleinen Gehirn dieses Adolf Hitlers war dann eben auch nichts anderes als eine dieser Revolutionen und all diese Revolutionen haben immer das Gleiche getan. Sie haben große Gehirne getötet und haben nicht verstanden, dass dann sozusagen der ganze Kontinent dümmer wird und dadurch ist der ganze europäische Kontinent dümmer geworden und das damit ist er sozusagen auf Kurs aussterben und dieser Kurs wird jetzt nur noch abgespult. So. Mal gucken, vielleicht sind die Zuwanderer, die ja jetzt irgendwie mit sehr viel vitaler Intelligenz und Kampfkraft schon nach Europa reingedrängt sind, vielleicht werden die überleben und werden sich am Ende als die Intelligenteren erweisen. Sie sind ja auf jeden Fall schon intelligenter, weil sie überhaupt mal schon überhaupt mal in der Lage sind, überhaupt noch Kinder zu kriegen. Dafür erfordert es ja schon eine große Intelligenz und über die die Europäer ja nicht mehr verfügen. Bodo Schiffmann bitte liebe Partei Wir 2020 also noch einmal bitte Bodo Schiffmann rutschen Sie nicht ab in die Verschwörungstheorie Ecke. Wieder hat Bodo Schiffmann die Worte gebraucht so ungefähr wie belogen werden. Ja, das sagt, das bezeichnet ja andere Menschen als Lügner und das geht nicht. Sie können sie können die Welt nicht retten. Sie müssen harmonisch mit allem wir müssen jeden mitnehmen wenn wir Europa Deutschland oder die Welt retten wollen und die Next Scientist for Future also beschimpfen niemanden als Lügner ja und es geht nicht sie können die Partei Wir 2020 kann keinen Erfolg haben wenn sie die anderen Parteien als Lügner beschimpft das geht nicht. das sieht man ja jetzt auch schon an der AfD mit der will keiner koalieren weil sie die anderen Parteien ja angegriffen hat und dann sagt Bodo Schiffmann sowas ähnliches wie um irgendwie Überwachungsstaat aufzurichten oder so ja das ist auch wieder eine beweislose Verdächtigung eine Art Unterstellung ja das heißt das ist nicht Mitnehmen aller Wir 2020 kann mit nextscientistsforfuture.de zusammen nur dann ein großer Erfolg werden wenn man bloß niemand anderen angreift ja wir müssen doch einfach nur sagen Wir 2020 hat die 20 besten Reformen der Welt schaut sie sich euch an Wähler und macht euer Kreuz an der richtigen Stelle das das reicht doch Wir 2020 bearbeitet mit den klügsten Kopfen der Erde zusammen ja das war's das reicht doch bitte nicht den Rubikon übertreten Richtung Verschwörungswelten lieber Bodo Schiffmann sonst haben wir keine Chance sonst hat gar nichts mehr eine Chance ja und jetzt noch die Tagesthemen ja also die riesen Denkfehler von Markus Krall Christian Felber Gemeinwohl Ökonomie Nico Pech mit seiner D-Groze Vorstellung und Hans Werner Sinn ist dass allen die Klarheit fehlt die aus der Evolutionsbiologie kommt freier Markt und freie Arbeitsteilung führen zur massenhaften Vermehrung von vorteilbringenden Irrtümern die unser ganzes Leben und die ganze Welt beschädigen ja ja und Fridays for Future Greta Thunberg Luisa und so weiter Carla sind noch unentschieden so und ihr habt nur die Chance wenn er sagt okay wir müssen diesen Kapitalismus mit diesem freien Markt und der freien Arbeitsteilung beenden und das müssen wir aber gekonnt machen und gekonnt können tun das nur die nextscientists for future .de und da kann man einen Deal machen dass man das gemeinsam macht und dann kriegen die Fridays for Future den von ihnen gewünschten Kohlestop nicht 30 wir können ihnen sogar den 26 schenken also die wollen ja den Kohlestop 30 wir können ihnen sogar den 26 schenken 2026 und wir können ihnen den 900 Milliarden Euro sieben Jahre Plan fürs Klima schenken und können dann eine weltweite Klimaneutralität erzeugen weil wir ja dann alles in der Hand hätten weil alle wollen die 20 Reformen und die kriegen sie nur wenn sie diesem weltweiten extrem teuren Emissionshandel für alle Luftschadstoffe Luftstoffe oder Luftemissionen beitreten und dann haben wir auch diesen Club der Willigen das Nobelpreisträgers Nordhaus William Nordhaus heißt er glaube ich also jedenfalls empfohlen von Doc Professor Hans Werner Sinn ja ja aber das war es schon mit den Tagesthemen was soll ich mit Menschen ich kann ja nicht auf frei eingehen Europa hat nun mal ein durchschnittlich zu kleines Gehirn und ich glaube wir werden es nicht schaffen Europa stirbt halt aus Deutschland stirbt aus Europa stirbt aus wir haben es mal wieder versucht in dieser Kurzversion der wissenschaftlichen Tagesschau heute aber das wird wohl nichts mehr Tschüssi bis bald die englische Sendung muss ich jetzt machen Tschüssi